Die Simple Show erklärt MyGoodShop, den Online-Spenden-Shop. Das ist Hanna. Hanna möchte gerne spenden, hat aber Angst, dass von ihrem Geld nur wenig wirklich ankommt. Das verunsichert sie. Im Internet stößt Hanna auf mygoodshop.org. Hier kann sie Hilfsgüter wie Milch oder Schulhefte mit einem Klick in ihren Warenkorb legen und unkompliziert bezahlen. So wie Hanna es auch aus anderen Online-Shops kennt. Sie sieht dabei sogar, was aktuell am dringendsten gebraucht wird. Mit ihrem Geld kaufen die Mitarbeiter vor Ort im Kinderdorf die ausgewählten Hilfsgüter direkt beim Erzeuger. Das spart nicht nur die hohen Transportkosten, sondern unterstützt auch die lokale Wirtschaft. Hanna entscheidet sich, einem Kinderdorf in Guatemala neue Schulbücher zu ermöglichen. Darüber freut sich besonders Calitos. Calitos wird bald eingeschult und lernt Lesen und Schreiben, damit er Arzt werden kann. Denn wenn er groß ist, möchte er anderen helfen. Seine Betreuer im Kinderdorf wissen das und haben darum die Schulbücher in mygoodshop eingestellt. Hanna ist überglücklich. Sie kann sich sicher sein, dass ihre gesamte Spende da ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird. Hanna bekommt sogar eine E-Mail direkt aus dem Kinderdorf mit Fotos der Übergabe der Schulbücher. Auch Jörg, der Vertriebsleiter in Hanna's Firma, ist begeistert. Er findet das Konzept von mygoodshop.org so gut, dass er dieses Jahr auf den Wein als Kundengeschenk verzichtet. Stattdessen verschenkt er Spendengutscheine, die auf mygoodshop.org einfach eingelöst werden können. So kommt er seiner sozialen Verantwortung nach und hat noch dazu ein originelles Kundengeschenk, das er problemlos von der Steuer absetzen kann. mygoodshop.org – Spende jetzt!